Und das kommt durch verschiedene Umstände und dazu, dass man plötzlich Ja sagt und im Augenblick, wo man Ja sagt, in dem das Augenblick, was man unterschrieben hat, muss man das einhalten und hat es weggeschmissen, sofort in den Mülleimer geschmissen, weil ich gesagt habe, das war so wie eine Selbstverhaltungstrieb. Ohne mit jemandem darüber zu reden, habe ich gesagt, was ist denn das? Und weggeschmissen habe ich gesagt, ich will mich doch nicht, wieso soll ich mich denn umbringen, wieso soll ich mich zerstören, wieso soll ich mich macht dann? Okay?